Ein Gefühl von Hoffnung von Eva Völler Es liest Julia von Tettenborn Teil 1 Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch Die Familie sang das Lied im Chor, während das Geburtstagskind auf einem Stuhl stand und die Ehrung verlegen über sich ergehen ließ. Dem siebenjährigen Jakob war es sichtlich unangenehm, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Nicht nur seine Wangen waren rot angelaufen, sondern auch die leicht abstehenden Ohren schimmerten rötlich, zusätzlich angestrahlt von den Kerzen des Weihnachtsbaums, der hinter ihm stand. Die Festtage waren zwar bereits vorbei, aber der Baum würde wie jedes Jahr bis zum Dreikönigstag stehen bleiben. Auch auf der Geburtstagstorte des Jungen brannten Kerzen. Und nachdem der letzte Ton des Lieds verklungen war, hob Johannes den Kleinen vom Stuhl, damit er sie auspusten konnte. Komm schon, alle auf einmal, sagte er aufmunternd, und dabei spiegelte sich seine tiefe Zuneigung zu dem Kind in seinen Zügen wieder. Jakob holte tief Luft, und unter dem jubelnden Beifall der Familie blies er mit einem kräftigen Pusten alle Kerzen aus. Willst du nicht deine Geschenke auspacken? Johannes zeigte auf den Stapel bunt verpackter Gaben, die Inge liebevoll auf einem Beistelltischchen dekoriert hatte. Das ließ sich Jakob nicht zweimal sagen. Unter den fröhlichen Kommentaren von allen Seiten zog er vorsichtig das Papier von den Päckchen und begutachtete seine Geschenke. Mehrere Spielzeugautos und ein Bastelset für ein Flaschenschiff von Johannes und Hanna. Ein Säckchen Murmeln und eine Tafel Schokolade von Bärbel. Ein Geldumschlag von Mine und Karl. Und ein selbstgestrickter Pulli und ein Buch von Inge. Gut erzogen wandte er sich an die Runde und bedankte sich höflich. Reihum drückten und herzten alle Familienmitglieder den Kleinen, obwohl er schon im Laufe des Tages diverse Umarmungen, Küsse und Streicheleien erduldet hatte. Wieder ließ er die familiäre Zuwendung geduldig, aber mit sichtlichem Unbehagen über sich ergehen. Je länger es andauerte, desto gequälter wurde sein Lächeln. Und schließlich bereitete Inge dem Ganzen ein Ende, indem sie Jakob an ihre Seite zog und erklärte, nun sei es Zeit für den Geburtstagscafé. Sie wies Jakob an, alle Geschenke in sein Zimmer zu bringen, und Bärbel musste das Papier von den Verpackungen glattstreichen und zusammenlegen, damit es noch einmal verwendet werden konnte. Inge hatte den Wohnzimmertisch ausgezogen und hochgekurbelt, sodass sie alle daran Platz fanden. Johannes und Hannah saßen nebeneinander, gegenüber von Mine und Karl. Am Kopfende saß Bärbel, und Inge hatte ihren Platz auf der anderen Seite des Tisches, neben Jakob. Es war eng, aber gemütlich, und zu Inges Erleichterung herrschte eine aufgeräumte, beine heitere Stimmung. Sie selbst bemühte sich, ebenfalls dazu beizutragen, indem sie kleine Scherze einstreute oder über die Bemerkung der anderen lachte. Etwa als Hannah in launiger Manier erzählte, wie großkotzig manche ihrer Kunden sich aufführten. Sie war Mitinhaberin einer Kunsthandlung in Düsseldorf und hatte mit allen möglichen Leuten aus der Haute-Volée zu tun. Von denen gab es offenbar in den letzten Jahren immer mehr. Manche schwammen geradezu in Geld und scheuten sich nicht, mehrere Tausend Mark für ein Gemälde hinzublättern. Und das oft ohne besonderes Kunstverständnis. Letzte Woche kam doch tatsächlich einer und wollte das blaue Pferd von Franz Mark. Ich verzog keine Miene und versicherte, ich würde es sofort für ihn reservieren, falls ich es hereinbekäme. Da meinte seine Frau, sie hätte es aber lieber in Rot. Das würde besser zu ihren Vorhängen passen. Inge lachte pflichtschuldigst und auch Johannes lächelte, obwohl er diese Anekdote wahrscheinlich nicht zum ersten Mal hörte. Bärbel hingegen fragte Hannah, wieso sie solche dämlichen Banausen überhaupt bediente. Die hätte ich achtkantig rausgeworfen. Wer zahlt, schafft an und ich habe denen an diesem Tag für viel Geld was anderes verkauft, erklärte Hannah lächelnd. Sie steckte eine Zigarette auf ihre silberne Spitze und zündete sie an. Inge verspürte einen Hauch von Ärger, aber dann machte sie sich klar, dass es ihre eigene Schuld war. Sie hätte ja keinen Aschenbecher auf den Tisch stellen müssen. Inges Großmutter Miene nahm jedoch kein Blatt vor den Mund. Das Wohnzimmer hier ist auch Inges Schlafzimmer, sagte sie zu Hannah. Das stinkt tagelang nach Qualm, wenn ihr gepafft wird. Hannah hob überrascht die dunkel nachgezogenen Brauen. Die Situation schien ihr peinlich zu sein. Ach was, Hannah, rauch ruhig, sagte Inge hastig. Ich kann ja nachher gut durchlüften. Doch Hannah hatte ihre Zigarette schon im Aschenbecher ausgedrückt. Inges Vater meldete sich zu Wort. Wer ist Franz Mark? fragte Karl in die Runde. Ein berühmter Maler, Papa, sagte Inge. Karl nickte, als hätte er es geahnt. Das habe ich bestimmt auch mal gewusst. Natürlich hast du das gewusst, Papa. Karl wandte sich an Hannah. Ich wusste früher viel mehr als heute. Leider habe ich seit dem Krieg ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß, Herr Wagner, erwiderte Hannah mit sanfter Stimme. Mitleid stand in ihren Augen, die sie wie immer ausdrucksstark geschminkt hatte. Was ihre Schönheit noch unterstrich. Karl schien das Bedürfnis zu verspüren, seine Beeinträchtigung näher zu veranschaulichen. Er drehte den Kopf, um Hannah die Narbe von seiner schweren Kriegsverletzung zu zeigen. Inge griff nach seiner Hand und drückte sie fest. Dann stand sie auf, um in der angrenzenden kleinen Küche frischen Kaffee aufzubrühen. Nebenan im Wohnzimmer dümpelte die Unterhaltung unterdessen weiter vor sich hin. Alle bemühten sich jetzt, Karl mit einzubeziehen und ihm das Gefühl zu geben, in jeder nur erdenklichen Weise dazuzugehören. Wobei das ohnehin keiner je in Frage gestellt hätte. Doch es gab immer wieder Gelegenheiten, bei denen er selbst seine geistige Einschränkung als belastend empfand. Und in diesen Momenten zerriss es Inge das Herz. Hannah kam zu Inge in die Küche. Brauchst du Hilfe? Nein, danke, ich komme schon klar. Inge goss heißes Wasser aus dem Kessel in den Filter und der Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee verbreitete sich in der winzigen Küche. In den letzten Tagen hatte es fast mehr Bohnenkaffee gegeben als sonst das ganze Jahr über. Zuerst an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen, danach zu Inges Geburtstag und heute zur Feier von Jakob Siebtem. Normalerweise tranken sie immer nur Malzkaffee. Mittlerweile mussten sie zwar nicht mehr jeden Pfennig dreimal umdrehen, aber für sinnlosen Luxus war das Geld immer noch zu schade. Das war auch ein Grund, warum keiner in der Familie rauchte. Allein dadurch ließ sich eine Menge sparen. Als hätte Hannah Einblick in ihre Gedanken, meinte sie leise und nur für Inge hörbar, Tut mir leid, dass ich mir vorhin einfach eine angesteckt habe. Da stand der Aschenbecher und deshalb... Ehrlich, ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Das weiß ich doch. Hast du sonst nicht immer zusammen mit Bärbel oben in dem vorderen Dachzimmer geschlafen? Wir haben neulich die Schlafräume anders aufgeteilt. Oben haben jetzt Johannes und Jakob ihre Zimmer. Bärbel hat Mamas frühere Schlafzimmer bekommen und ich schlafe wieder auf dem Klappsofa hier im Wohnzimmer. So wie früher. So hat jeder von uns einen eigenen Raum zum Übernachten. Inge goss erneut etwas heißes Wasser nach. Hat Johannes dir nichts davon erzählt? Hannah schüttelte den Kopf und Inge fragte sich wieder einmal, wie es um die Beziehung der beiden stand. Hannah Morgenstern und Johannes Schlüter waren seit fast drei Jahren verlobt. Aber im vergangenen Sommer hatte es zwischen den beiden gekriselt und Hannah war daraufhin vorübergehend nach Düsseldorf gezogen. Mit der offiziellen Begründung, es von dort aus nicht so weit zur Arbeit zu haben. Kurz vor Weihnachten war sie allerdings zurückgekommen und wohnte jetzt wieder in der Nachbarschaft, bei ihrem Bruder Stan Kowalski. Ein mehr oder weniger provisorisches Arrangement für alle Beteiligten. Denn Stan hatte mittlerweile eine eigene Familie. Er hatte im vorigen Jahr geheiratet und schon kurz darauf hat er seine Frau Zwillinge bekommen. In wenigen Monaten erwarteten Stan und Renate bereits weiteren Nachwuchs. Nach außen hin machten Hannah und Johannes den Eindruck, als wäre wieder alles zwischen ihnen in Ordnung. Doch die Wohnung in Düsseldorf hatte sie trotzdem behalten. Sie hatte bei ihrer Rückkehr nach Essen Fischlaken bloß ein paar Koffer mitgebracht. Und aus denen lebte sie jetzt. Die Woche über blieb sie jedoch meist in Düsseldorf, auch wegen ihrer Arbeit in der Kunsthandlung. Entspannende Peter Spannende Peter Peter Trevor Peter Peter